Hier ist der Mac & iPodcast, Folge Nummer 82 und wir sprechen dieses Mal über die neuen Betriebssystem-Versionen. Ja, es gibt nicht nur neue iPhones und weitere neue Hardware. Für viele ist es ja vor allem spannend im Herbst, dass sie ihre vorhandenen Geräte, iPhones, iPads, Apple Watches und was es noch so gibt, dann mit neuer Software ausstatten können und vor allem natürlich die spannende Frage, was hat sich verbessert. Das wollen wir heute so ein bisschen hier erörtern. Wir hatten ja schon damals nach der Weltentwickler-Konferenz einen Blick auf die Features geworfen. Heute soll sich der Blick dann eher darauf richten, so auf die Erfahrungen, die wir aus der Beta-Phase gesammelt haben und was man vielleicht so mitnehmen kann. All das und mehr jetzt im Podcast. Und damit herzlich willkommen in der, kann man sagen, alten Version oder auch mit einem Update ausgestattet. Ich weiß nicht, Leo, wie würdest du dich selber beschreiben? Hallo. Hallo Malte. Ja, durchaus mit, mit schon relativ lang, also das Update ist auch schon wieder ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich brauche schon wieder das nächste Update jetzt, glaube ich, um weiterzukommen. Aber zum Glück nicht grundlegend verändert, sondern eben das bestehende Erfolgsrezept fortgeschrieben. Und das ist ja eigentlich auch das, was Apple ja auch gerne macht. Ja, also dieses Jahr kann man das, glaube ich, so gut zusammenfassen mit allen Updates für allen Systemen, dass das wirklich ein Kontinuum von den letzten Jahren war. Und wir sehen bei so vielen von den Betriebssystemen, dass sie eigentlich die Elemente genommen und fortgeführt, ich weiß nicht, ob man bei manchen sogar sagen kann, zu Ende gebracht haben, die sie vor Jahren ja teilweise begonnen haben. Zum Beispiel eben mit der, mit der in Anführungszeichen Widget-Öffnung auf dem iPhone, als plötzlich die Widgets auf dem Homescreen auftauchten. Und da sind wir jetzt praktisch, kommen wir zu so einer Art, nicht wirklich Abschluss, aber zu so einer Weiterentwicklung halt von diesem Konzept, dass halt Leute mit ihren Homescreens doch so ein bisschen auch machen dürfen, was sie wollen. Ja, da sprichst du gleich einen spannenden Punkt an, weil ich glaube, das hat auch tatsächlich bei den Beobachtern der Branche ein Umdenken erfordert. Also dieses sich darauf einlassen, ähnlich wie bei Fernsehserien, wo so ein Handlungsbogen dann gespannt wird über mehrere Staffeln und irgendwann hast du so eine vierte oder fünfte Staffel und dann siehst du das Ganze. Dann wird ja eigentlich klar, wie die ganzen Fäden zusammenlaufen. Als das losging, gerade die Widgets sind eigentlich das Paradebeispiel nach meinem Empfinden, war es ja so, diese Erneuerung hat ja erst für sehr große Ernüchterung gesorgt. Apple hat die Optik geändert, aber irgendwie waren plötzlich die interaktiven Funktionen weg und alle, die vorher das mal genutzt haben von den wenigen, die sagten dann, hey, mein Smart Home, ich kann das jetzt gar nicht mehr per Widget steuern. Dann gab es diese zweigleisige Geschichte, dass du dann auf der linken Bildschirmseite vom iPhone noch die alten Widgets hattest und dann auf dem Bildschirm dann die neuen. Ja, und wie du sagst, jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo man sagen kann, der Klassiker von Apple, Connecting the Dots, jetzt versteht man, was das Ganze soll. Ja, und man merkt auch, wie es in alle Ecken jetzt Einzug gehalten hat und angekommen ist. Also ich glaube, am auffälligsten ist, dass halt man jetzt diese zwei Elemente auf dem Sperrbildschirm unten, die Taschenlampe und die Kamera-App halt ändern kann. Zum ersten Mal, was eigentlich irre ist, dass das so lange gedauert hat, aber sie haben ja den Rest des Sperrbildschirms, auch der wurde ja in den letzten Jahren konfigurierbar und du kannst dir mehrere Sperrbildschirme einrichten und kannst dir oben deine Widgets reinpacken. Aber was nicht ging bislang, war halt immer diese Kamera und die Taschenlampe und sogar diese beiden Positionen sind halt jetzt mit iOS 18 tatsächlich mal endlich änderbar und es ist ganz lustig. Ich habe mir zum Beispiel auch, ich habe es jetzt ausprobiert, da kamen ja auch schon die ersten Updates von Apps entsprechend dafür, zum Beispiel von der Kamera App Paylight, die ja auch so ein Klassiker in diesem Drittfoto-App-Markt ist. Und die haben sich natürlich auch direkt darauf hin angepasst, weil Apple halt speziell ja eine Schnittstelle anbietet, damit eben diese Drittkameras auch im gesperrten Sperrbildschirm funktionieren. Also du musst halt dein iPhone, du musst nicht mehr per Face-ID oder sowas entsperren, sondern genauso wie die Kamera App kannst du halt diese Drittkamera-App, also genauso wie Apples Kamera App kannst du die Drittkamera-App einfach sofort starten vom Homescreen so oder so. Und das ist natürlich schon nett, dass wir an diesem Punkt jetzt mal angekommen sind. Ich habe auch gesehen, zum Beispiel von Lesern gab es immer wieder Feedbacks, gibt offensichtlich Leute, die partout unabsichtlich auf diesen Taschenlampen-Button kommen und die einfach super frustriert waren, weil andauernd wahrscheinlich in der Hosentasche das iPhone halt seinen Akku leer leuchtet, wenn halt diese Taschenlampe aktiviert wird. Und jetzt hast du halt auch einfach die Wahl, da gar nichts drauf zu legen, sodass du halt auch keine Fehlbedienung mehr hast, keine Fehleingabe. Also das ist, ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat, aber ich bin sehr froh, dass wir jetzt an diesem sehr kleinen Punkt sind, den Apple jetzt endlich mal vollzogen hat. Das ist aber auch eine Frage, die ich mir gestellt habe und ich meine, klar, das ist jetzt recht spekulativ, weil Apple uns natürlich dann nicht verraten wird, was sie dazu bewogen hat. Aber mal so an dich gefragt, denkst du, das war eine Frage der Ressourcen, dass einfach Apple arbeitet an mehreren Fronten, mehrere Betriebssysteme, übergreifende Features? Das klingt ja alles schon recht kompliziert, das ist wahrscheinlich auch recht kompliziert, dass sie einfach ein paar Jahre brauchen, bis sie dann eben dort angelangt sind. Oder ist das vielleicht auch mit Blick auf diese Personalisierung ein schrittweises Heranführen der Nutzer, habe ich mich schon gefragt. Weil ich meine Personalisierung, so schön sie ist, aber sie bietet ja eben auch, wenn du sie auf einen Schlag machst, sehr viel Verwirrpotenzial. Wenn du viel einstellen kannst, kannst du auch viel falsch einstellen, also subjektiv falsch einstellen oder weißt du nicht, wie kriege ich das wieder zurückgedreht oder was passiert hier gerade? Und das iPhone und die ganzen Apple-Produkte haben ja auch gerade ihre Fans bei Menschen, die eben es lieben, dass es nicht so kompliziert und nicht so viele Einstellungen gibt. Denkst du, das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass Apple einfach die Nutzer so langsam herangeführt hat? Ich denke schon, dass das im Hintergrund auch mitschwingt, zumal wir ja gerade sehen, dass speziell in der EU die Betriebssysteme halt einem sehr radikalen Umbau jetzt unterworfen sind oder relativ radikalen Vorgaben. Nicht nur im Hinblick eben auf Sideloading und alternative App-Läden, sondern halt auch, was du an Standard-Apps plötzlich halt löschen und rausschmeißen kannst. Davon sehen wir, haben wir ja auch noch nicht alles gesehen. Das ist ja jetzt ein Prozedere, was so in den nächsten Monaten wahrscheinlich mit 18.1, also mit 18.1 passiert, glaube ich, weniger, aber 18.2, 18.3, 18.4 so in den nächsten Monaten halt ausgerollt wird, dass du halt mehr Standard-Apps einstellen kannst, dass du plötzlich Apps wie halt Fotos löschen kannst, wie auch immer das dann funktioniert und welche Konsequenzen das hat. Aber da sind wir ja eben auch an dieser Stelle, die du eben angesprochen hast, dass nämlich Nutzer plötzlich mit einer Komplexität konfrontiert werden, die halt gerade iOS lange sehr geschickt ausgeklammert hat, was eigentlich ja auch ein klares, positives Element des Betriebssystems war. Ich glaube, dass Apple bislang es geschafft hat, eine ganz gute Balance zu finden, dir auf der einen Seite diese Neuerungen und diese Konfigurationen nicht aufzudrängen, aber wenn du sie möchtest, dann kannst du jetzt eben all das flexibel anpassen. Aber du kannst es auch komplett ignorieren letztlich und sagen, mein iPhone bleibt so, wie es halt vor zehn Jahren war. Ich meine, das Kontrollzentrum zum Beispiel, das ja jetzt mit iOS 18 auch neu ist und iPadOS 18 ebenso, da ist natürlich schwierig, das ganz zu ignorieren. Aber man kann es schon eigentlich weitest, man kann es auch so lassen, wie es war und muss sich nicht drum scheren, dass man da irgendwie andere Apps reinlegt und andere Steuerelemente und sagt einfach, ich benutze es so, wie ich es die letzten zehn Jahre benutzt habe. Ich finde auch, es drängt sich halt nicht auf und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Also, dass, wenn du eben konservativ unterwegs bist und sagst, ich möchte eigentlich Standard UI haben, das alte soll so bleiben, dann lässt es einfach, wie es ist und dann drängt es sich ja auch nicht auf. Und ich überlege gerade so, wann das seinen Ursprung genommen hat. Und Apple hat ja sehr lange sich diesen Personalisierungsding, diesen Customizing versperrt und erste zarte Bande damit haben sie ja geknüpft, als sie damals diese Dritt-Tastaturen ja zugelassen haben und das Share-Sheet ja auch damals geöffnet haben. Das war ja eine Sensation. Also, ich meine, gemessen an heute ist es ja lächerlich quasi, weil das ja ganz im Kleinen ja Veränderungen waren, aber es waren, das war damals schon eine Zäsur, wo sie, glaube ich, gemerkt haben, dass das gut ankommt bei den Nutzern und gleichzeitig aber eben auch ihre Stammklientel eben nicht verärgert, weil auch die Tastaturen, bis heute ist es ja so, diese Dritt-Tastaturen einzurichten, ist eine sehr bewusste Entscheidung. Das ist nichts, was dir aus Versehen passiert. Und so sehe ich das auch jetzt auch mit den Veränderungen am Homescreen. Auch der baut sich ja weiterhin so auf, wie er war, wenn du nichts Spezielles eingibst. Und es wird erst dann komplexer, persönlicher, wenn du eben diese entsprechenden Einstellungen A findest und B dann auch aktiv nutzt. Ja, wir hatten ja lange Zeit, man könnte das Argument führen, dass Apple ja lange Zeit auch keiner direkten Konkurrenz ausgesetzt war, was halt solche Anpassbarkeit des Betriebssystems spezifisch angeht. Und wo es eigentlich, und das ist auch seit Jahren jetzt mehr oder weniger verschwunden, aber dann gab es mal eine Zeit, als diese Jailbreak-Geschichten und diese Tweaks und Anpassungen, die du halt mit einem Jailbreak am Betriebssystem machen konnten, als die sehr reizvoll plötzlich für zumindest für einen Teil der Nutzerschaft gewesen sind. Und Apple wahrscheinlich auch gemerkt hat, okay, sehr viel, es ist also unangenehm sozusagen für Apple, viele Nutzer greifen zum Jailbreak, um irgendwie ganz simple Änderungen durchzuführen. Ich meine, man konnte den Hintergrund des Homescreens über Jahre nicht anpassen, also so wirklich Basiszeug letztlich, was versperrt gewesen ist. Und das wurde natürlich alles dann per Jailbreak möglich und verschiedene andere kleine Sachen und die man da angepasst hat, wie man irgendwie mehrere, also Homescreens, mehrere Homescreens konfigurieren kann und sich da irgendwie halt all diese Anpassungen vornehmen kann, die wir jetzt eigentlich erst so mit iOS, naja, wann ging es los, vielleicht 14, 15, also 14 kamen, glaube ich, die Widgets und dann so über 15, 16, 17 bis jetzt zu 18 sind, hat sich das langsam fortgeführt und da kam natürlich eben immer mehr hinzu. Und inzwischen kann man eben, ist es auf der anderen Seite eben so, dass es halt dann natürlich auch viele überladene Elemente gibt, genau zum Beispiel wie diese Focus Modi, die halt kamen. Und es gibt Leute, die setzen sich drei Stunden lang hin und richten super penibel spezifische Konstellationen für Arbeit, Freizeit, Sport, Wochenende, Reise. Also du kannst dir ja da wirklich dein iPhone für spezifisch oder selbst morgens, mittags, abends, ich habe da schon alles Mögliche gesehen und auch selbst manches davon ausprobiert. Aber du musst da sehr viel Zeit reinstecken, weil der Konfigurationsaufwand dann halt enorm ist. Aber auch das ist natürlich was, was du einfach ausblenden kannst und sagen kannst, Fokusmodus, ich schalte halt auf nicht stören, was schon immer möglich war eigentlich. Und ansonsten, wenn ich halt erreichbar bin, bin ich erreichbar. Ja, Apple setzt sich natürlich ja auch ein wenig dem Risiko aus und das hat sie, glaube ich, damals auch davon abgehalten, dass der Pflegeaufwand des Betriebssystems natürlich immer größer wird und sich immer mehr verästelt. Mir fiel jetzt noch auf, dass in iOS 18 ja diese Begegnungsmitteilungen immer noch eine sehr prominente Rubrik in den Einstellungen einnehmen. Wenn man bedenkt, dass diese ganzen Corona-Warn-Apps ja verschwunden sind, dass das im Grunde genommen ein toter Reiter ist, weil ich dieses Feature in den allermeisten Ländern, ich weiß gar nicht, ob es auch noch welche gibt, die es nutzen, gar nicht mehr verwenden kann. Und ich glaube, es wurde schlichtweg vergessen. Also man hätte es jetzt ja eigentlich so, sag ich mal, in irgendeinen tieferen Unterordner packen können für den Fall das, dass man zum Beispiel sagt, in Einstellungen allgemein gibt es jetzt noch diesen Unterordner, falls es mal wieder zum Thema wird. Aber diese prominente Position auf Seite 1 der Einstellungen ist ja durch nichts mehr gerechtfertigt und ich glaube, es entspringt natürlich so der Problematik in Anführungszeichen, dass die Vielzahl an Möglichkeiten natürlich auch für Apple ein unglaublicher Dickicht ist, den sie halt immer wieder mal umgraben müssen von Zeit zu Zeit. Und fairerweise muss man sagen, sie machen es ja auch. Also gerade jetzt in iOS 18, die Einstellungen sind ja deutlich aufgeräumter von dem Interface her. Ja, man hat zum Beispiel ja diese ganzen Dritt-Apps alle, lustigerweise inklusive der eigenen Apps, das hat mich irritiert. Ich suchte zum Beispiel eines schönen Abends suchte ich dann nach dem Nachrichtenreiter, um RCS dann zu überprüfen und fand den dann nicht in der Übersicht. Und ich dachte, was ist denn hier kaputt? Bis ich festgestellt habe, Apple nimmt sich selber so weit zurück, dass sie sogar ihre eigene Nachrichten-App, die ja sehr tief ins System integriert ist, als Dritt-App sozusagen dann da dort klassifiziert hat. Und da hat natürlich im Hintergrund auch einer mit so einer EU-Fahne gewunken, weil das bloß der Betriebssystemhersteller halt seine eigenen Apps nicht bevorzugt. Und dazu gehört natürlich auch eine Positionierung in den Einstellungen. Also jetzt hast du natürlich die große Gleichmachung. Ich glaube, dass auch manche Nutzer, denen wird es ähnlich geben. Also für mich ist jetzt iOS 18 schon so gewohnt, dass ich manche von diesen Problemen nicht mehr so richtig sehe, weil ich mich da irgendwie jetzt über die Beta-Phase natürlich da so langsam hingetastet habe und daran gewöhnt habe. Und das ist aber trotzdem, wenn du dann von über Nacht halt damit konfrontiert wirst plötzlich und merkst, oh ja, okay, wo sind denn genau? Wo sind meine Einstellungen? Wo ist die Einstellung von Apple Mail und von Kalender? Und dann muss man, ich meine, man kommt schon drauf, aber man muss halt trotzdem erstmal schauen, dass die jetzt plötzlich alle in diesem App-Sammelverzeichnis praktisch gelandet sind und dann die da halt da rauskramen. Ja, und du wirst auch als normaler Nutzer dieses Dilemmas gewahr, was ja der Streitpunkt zwischen Apple und der EU seit jetzt Monaten ist. Also, dass ja zum Beispiel iMessage oder die Nachrichten-App ja irgendwie beides ist. Klar, auf der einen Seite ist es ein Messenger, der ein einfacher Mitbewerber ist von WhatsApp, Signal und Co., der also zu Recht auch dann in diesem App-Ordner ist, weil es eben Alternativen gibt. Aber auf der anderen Seite enthält die Nachrichten-App ja auch Funktionen, die du eben ja über keine andere Dritt-App nutzen kannst, wie zum Beispiel die SMS-Funktion, die elementarer Bestandteil eines Mobiltelefons schlichtweg ist. Und Apple hat ja immer argumentiert, ihre Apps nehmen sich raus, weil sie eben ja genau diese Meta-Funktion haben. Aber die EU hat immer gesagt, auch zu Recht, dass eben dann sehr viel Mitbewerbergeschichte auch drinsteckt. Ja, und das kommt dann am Ende bei heraus, also ohne das jetzt bewerten zu wollen. Aber es kommt einfach beim Nutzer dann so an, dass du eben Neuordnungen vorfindest, wo du halt zwei Denkmuster haben kannst. Du kannst, wenn du als normaler Messenger an Nachrichten rangehst, findest du sofort die App. Wenn du dann eben rangehst und sagst, das ist deine eigene Systemfunktion, dann suchst du dir, wie ich jetzt, einen Wolf. Und da sieht man halt auch, wie weitreichend die Konsequenzen von diesem regulatorischen Eingriff in solche Spezifika von einem Betriebssystem sind. Also gerade diese Kiste und die Nachrichten-App müsste ja auch zu den Apps gehören, die du demnächst einfach löschen kannst. Und was passiert da mit SMS-Nachrichten? Wo landen die denn im Betriebssystem? Und wir sehen das auch in Android, wo ja theoretisch andere Apps auch SMS-Funktionalität sogar integrieren können, sich praktisch vom Betriebssystem, also gibt es wahrscheinlich einfach eine Schnittstelle dafür, um das als App zu integrieren. Aber das macht, also ich meine, WhatsApp hat auch auf Android ja keine SMS integriert. Das ist für WhatsApp ja auch nicht interessant. Also das ist, glaube ich, relativ schwierig aufzulösen am Schluss, dass es praktisch korrekt umgesetzt ist, um halt auf der einen Seite den jetzt zumindest mal in der EU geltenden gesetzlichen Vorgaben nachzukommen, aber auf der anderen Seite den Nutzer halt auch abzuholen und auch die anderen Apps abzuholen. Weil irgendwo müssen die SMS-Abschluss ankommen, da hilft eigentlich nichts, weil sie sonst halt ins Leere laufen würden und das wäre ja eine absurde Situation, weil ich meine, man kann ja über SMS viel spotten, aber ich meine, wir alle wissen, dass die im Alltag, also ich meine, vielleicht nicht zur Kommunikation, aber es genug Systeme gibt, die dir halt Zwei-Faktor-Codes oder was auch immer halt per SMS schicken. Also das ist einfach Realität, die wir halt jetzt haben und die wir auch nächstes Jahr noch haben werden. Aber die EU ist ein gutes Stichwort. In der Beurteilung der neuen Betriebssysteme, gerade jetzt als EU-Bürger, spielt das natürlich ja gerade dieses Jahr massiv rein. Also wir haben ja Features, die uns ja in der EU jetzt noch nicht zur Verfügung stehen und bei denen auch noch ja teilweise völlig unklar ist, wann dieser Umstand sich mal dann erledigt. Also wir hatten ja noch so die vage Hoffnung im Juni nach der Weltentwickler-Konferenz, dass das so ein, dass Apple sozusagen diese Beta-Phase nutzt von drei Monaten, um mit der EU das abzuklopfen. Dass also die ganz Neugierigen, die die Betas laden, die Public-Beta vielleicht auch eben diesmal leer ausgehen. Dass aber der Endnutzer die breite Masse am Ende gar nichts davon merkt, weil im September mit den Updates dann zum Beispiel, dass die iPhone-Spiegelung auf dem Mac einfach da ist. De facto muss man sagen, hat nicht funktioniert. Und vor allem ist erstaunlich, dass auch Apple praktisch diese Funktionen teilweise, die in der EU gesperrten oder nicht vorhandenen, nicht freigeschalteten Funktionen, Vorhanden sind sie schon, aber sie sind halt nicht mit einem deutschen App-Store-Account zumindest nicht verfügbar. Und trotzdem gibt es Sachen, in denen darauf, im App-Store zum Beispiel war so ein großes, hier kannst du, was du mit iOS 18 machen kannst. Und da waren dann lauter Apps drin. Und da kamen aber plötzlich auch zum Beispiel diese, ich glaube, entweder war es halt die iPhone-Fernwartung, Fernsteuerungszugriff vom anderen iPhone oder es war halt das iPhone-Mirroring auf dem Mac. Eine von diesen beiden Funktionen war plötzlich prominent in Deutsch, oft in den deutschen Text, im deutschen App-Store, prominent erwähnt. Und dann stand unten drunter, stand kursiv, manche Funktionen sind vielleicht in manchen Regionen nicht verfügbar. Ja gut, aber ich meine, wer soll das denn verstehen? Also ich meine, Nutzer, der im App-Store sich solche Features durchliest, der hat wahrscheinlich sich nicht irgendwie im Detail mit irgendwelchen EU-Vorgaben auseinandergesetzt und Apples Reaktion da drauf und was das bedeutet. Und der denkt so, ach, jetzt probiere ich das mal aus. Und dann geht das halt nicht. Und die Sachen auch auf dem Mac, ja in Mac OS 15 ist natürlich diese iPhone-Mirroring oder iPhone-Synchronisierung heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Die App ist ja einfach da. Die liegt einfach in deinem Programmeordner rum und dann startest du die und da steht halt, hey, ist in deiner Region nicht verfügbar. Relativ frustrierend am Schluss für den, einfach für den Nutzer damit, ja. Also ich meine, da sind wir noch gar nicht beim Thema Apple Intelligence gelandet, weil das ist ja sozusagen noch nicht vorhanden, weil es halt eben in den Punkt Null-Versionen der Betriebssysteme ja noch nicht Teil des Systems ist. Aber, also da kommen wir dann im Oktober dazu, wenn dann die ersten großen Updates für die Betriebssysteme kommen. Aber das ist, ja, also ich denke schon, dass da der ein oder andere, der da halt irgendwie nicht jetzt schon seit Monaten das verfolgt, diese Entwicklungen und versteht, okay, das ist aus diesen und diesen und diesen Gründen und so sind die Positionen. Und das wurde bis jetzt halt verhandelt und ausgehandelt oder nicht ausgehandelt, sondern steht halt einfach am Schluss da und merkt, okay, irgendeine zentrale neue Funktion in seinem Betriebssystem oder in seinem Betriebssystem funktioniert einfach nicht. Ja, und wie du sagst, die Kommunikation ist halt auch das A und O und man merkt halt Apple an, das ist ja so der rote Faden dieses Jahres, dass das für sie eine völlig ungewohnte Situation ist, dass sie sich da mit der Regulatorik zum einen öffentlich auseinandersetzen müssen, was ja eben da mit der EU in Sachen DMA passiert ist, ja bei mehreren Gelegenheiten. Und sie mussten halt auch immer wieder ändern und nachjustieren. Und generell merkt man halt, dass die Entscheidungswege und die Kommunikationswege bei Apple eben andersartig verlaufen. Also man liest ja immer wieder Texte davon, wie eben Apple eine einzigartige Symbiose aus Marketing und Entwicklung und diesem integrativen Konzept hat, was ja eben bei ihnen immer so ein bisschen die Gestaltung der Produkte und der Zeitpunkte und des Fahrplans und des Verkaufs dann ausmacht. Dass aber da so ein Zweigregulatorik dann jetzt nicht da ist. Man hat es so in Grundzügen damals schon gemerkt, als sie so Medizinfeatures plötzlich angeboten haben und sie für sie ungewohnt dann von medizinischen Regulierungsbehörden abhängig waren, dass sie ihnen diese Features mal freigeben. Und es gab keinen Zeitplan und irgendwie, man erinnere sich an das EKG. Das kam ja auch alles so ein bisschen, ja, Überfall und artig und ungeplant für Apple. Aber das haben sie noch ganz gut abgefangen. Nur das mit der EU geht ja jetzt, wie du ja schon dargestellt hast, so ins Innerste quasi der Geräte rein, iPhone und iPad. Und ja, sie wirken ein Stück weit unbeholfen. Und als wenn sie auch dann beseelt waren eigentlich von dem positiven Glauben, den wir ja auch hatten als Nutzer, das werden wir schon hinkriegen, bis das dann reif ist. Ja, es ist unerfreulich. Ich bin sehr neugierig, wie sich das vor allem jetzt im Laufe der nächsten Monate natürlich auch, aber dann im Laufe des nächsten Jahres weiterentwickelt und welche Konsequenzen das zum Beispiel dann auch Richtung iOS 19 halt hat, also auf die Weiterentwicklung des Betriebssystems, was ja einfach tendenziell mehr aufgespalten ist regional, als es halt vorher der Fall war. Und da ist ja, also ich meine, da hängen ja so viele verschiedene Elemente dran, die am Schluss dann vielleicht doch wieder unter einen Hut gebracht werden müssen. Und vor allem im Moment sind wir ja in der besonders unglücklichen Situation, dass der Endnutzer auch von dieser Öffnung eigentlich praktisch nichts hat. Also ich meine, wenn du jetzt mal kurz Fortnite irgendwie ausklammerst und dich vielleicht freust, dass Fortnite halt wieder auf dem iPhone ist, aber davon abgesehen gibt es fast nichts. Also wir haben keine anderen Wallets bis jetzt, wir haben keine anderen Browser mit eigener Engine bis jetzt. All diese Sachen, die möglich sind erstmals auf iOS wie iPadOS, die haben sich noch nicht realisiert. Und wir wissen nicht, ob und wann die sich realisieren. Und wir wissen natürlich auch nicht, was die daraus wiederum folgenden Konsequenzen sind. Also gerade bei den Wallets, da ist ja immer die Angst, okay, dann sharen halt die Banken vielleicht aus Apple Pay aus. Und dann stehst du als Kunde am Schluss da und sagst, das ist eigentlich auch nicht, was ich wollte. Aber ich war eigentlich ganz froh damit, dass meine Bankkreditkarte einfach in Apple Pay drin war und fertig. Und es war halt super bequem und ich konnte halt überall zahlen damit. Und das war eigentlich ein guter Zustand. Und jetzt ist es ein schlechterer Zustand. Das ist ja alles möglich. Und immer noch offen und unbeantwortet. Also mal sehen, was uns da die nächsten Monate bringen und ob wir da vielleicht erste Antworten auf diese Fragen auch bekommen. Ja, ich frage mich generell mit Blick auf die Zukunft, welchen leeren Apple auch zieht aus diesem Jahr 2024, was ja sehr geprägt war von dem Thema Regulatorik und gleichzeitig auch in den USA der Klage des Justizministeriums, mit dem sie sich nun auseinandersetzen müssen. Also werden sie diese trotzige Art, sage ich mal jetzt, die sie dieses Jahr gezeigt haben, so fortsetzen? Oder werden sie vielleicht in ihrer persönlichen Jahresbilanz sagen, es muss auch bei uns einiges anders werden, 25. Ich muss sagen, ich bin zart optimistisch. Ich sehe ja jetzt zum Beispiel diese Personalie beim App Store, dass man jetzt dann eben auch für alternative App Stores eine eigene Chefstelle geschaffen hat. Also dass man die Strukturen an die neuen Realitäten anpasst. Und das ist für mich dann eigentlich ein Zeichen, dass man das mit Expertise belegt und jetzt nicht einfach die vorhandenen Strukturen sich daran abarbeiten lässt. Ich glaube, da wird Apple auch nicht groß mehr mit weiterkommen, weil andere Länder ja längst diesem Beispiel folgen. Japan ist jetzt ein prominentes Beispiel. In den USA gibt es auch verschiedene Bestrebungen, in Bundesstaaten diesen Beispielen zu folgen oder auch neue Themen wie jetzt künstliche Intelligenz dann auch regulatorisch zu besetzen. Also sie werden sich ja unweigerlich mit diesen Punkten auseinandersetzen müssen und ja irgendwie ihre Nutzer da auch mitnehmen müssen und dass sie da vielleicht jetzt so einen Weg finden. Ich meine, die Intelligence ist nach wie vor so ein Problemball in diesem Spiel, weil auch die Frage, wie nah eine Lösung ist, finde ich auch noch völlig unklar ist. Also es geht ja jetzt zum konkreten Beispiel um die Interoperabilität, wo Apple sagt, und das kann man durchaus mit Blick auf die Gesetzestexte nachvollziehen, dass die EU da doch ein bisschen schwammig bleibt und sie halt Sorge haben, dass plötzlich sehr diffuse Anforderungen an sie gestellt werden, die man jetzt nicht ableiten kann. Und sie wollen jetzt von der EU-Kommission halt klare Ansagen haben. Aber trotzdem ist ja nicht so ganz klar für die Nutzer, wie lang dieser Weg ist bis zum Ziel. Und reden wir jetzt tatsächlich von einem Jahr, also wird 25 jetzt doch die Intelligence kommen, passend zur Sprachunterstützung, und wir sprechen da gleich noch drüber. Oder ist es so, dass da riesige Probleme da sind, bis hin zu, dass eigentlich die Intelligence so gar nicht realisierbar ist, wie Apple sie sich vorstellt? Tja, das wäre die Antwort darauf zu können und zu kennen und mal reinzulauschen in diesen Gesprächen, die ja offensichtlich oder angeblich zwischen Apple und auch der EU laufen zu dem Thema. Das wäre natürlich hochgradig spannend zu wissen, wo sind wir da eigentlich gerade? Und gibt es da Gemeinsamkeiten, an denen sich beide irgendwie herantasten oder sitzen da einfach zwei Parteien praktisch wirklich sprichwörtlich irgendwie an beiden Enden vom Tisch verteilt und kommen sich halt absolut nicht näher in ihren Positionen? All das ist, glaube ich, denkbar und möglich und am Schluss sind wir Nutzer es halt, die es ausbaden müssen, was in eigentlich jeder Hinsicht unerfreulich ist. Und vieles davon, also es ist auch nicht so, als würde ich da der EU jetzt spezifisch die Schuld zuschieben, weil am Schluss liegt es natürlich auch in Apples Hand, vor allem die eigenen Betriebssysteme halt wieder zu vereinheitlichen oder zu einem, ja, das war ja was, was ich an, weil man das im Mobilfunkmarkt so wenig gewohnt war oder sogar, man könnte sagen, gar nicht gewohnt war, also wenn du daran irgendwie 2006 oder so zurückdenkst, also die Vor-iPhone-Phase, dass es ein Mobiltelefon gab, auf dem ein ernsthaftes Betriebssystem läuft, dass der Hersteller weltweit simultan mit Updates selbst versorgt, das gab es eigentlich im Mobilfunkmarkt nicht, ja, da sind irgendwelche, da sind die Netzbetreiber so, ach, hier packe ich mal noch meine Vodafone-App mit drauf und mal mal irgendwo noch einen hässlichen Schriftzug mit rein und da sind ja die furchtbarsten Sachen passiert und es war alles war total aufgefächert, es gab keine einheitlichen Systeme und Betriebssysteme und totales Chaos auf einer gewissen Weise und da ist halt Apple reingeprescht mit dem iPhone, mit iOS, was von mir aus damals noch, iPhone OS oder OS X iPhone hieß das, glaube ich, auch mal zwischendurch, egal also dem, was wir heute als iOS kennen, als Betriebssystem halt da reingeprescht, was halt völlig einheitlich war, was mehr oder weniger auf der ganzen Welt dasselbe Betriebssystem war, was immer Updates auf gleiche Weise für alle zur gleichen Zeit bekommen hat und nicht irgendwie, du bekommst ein Update in vier Wochen, wenn der Netzbetreiber irgendwie die Zeit gefunden hat, vielleicht mal durch alles durchzuschauen. Das ist ein furchtbares Zeug gewesen. Ja, mir fehlt einfach und ich möchte auch das FAS-EU jetzt nicht tiefer machen, als es eigentlich sein sollte, wir wollen ja über Betriebssysteme sprechen, aber mir fehlt bei Apple manchmal einfach auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Das klingt jetzt blöd, weil Apple wirkt ja nun alles andere als wenig selbstbewusst, aber ich finde, bei ihrem Erfolg, den sie mit einigen Ideen haben, du hast es ja gerade skizziert, dieses Konzept, dass sie dieses Unwesen der Netzbetreiber durch eine einheitliche und unabhängige Plattform eben dann zur Seite geschoben haben, war ja nicht nur ein Erfolg, der auf Ausschließlichkeit ihrer Plattform basierte. Das hat ihnen am Anfang sicherlich geholfen, weil sie am Anfang klein waren und es war einfacher, wenn sie jetzt alternative Konzepte erstmal aussperren. Aber ich finde persönlich, es hat sich ja etabliert, weil es einfach das bessere Konzept war, weil es beim Nutzer verfangen hat, weil der Nutzer gesagt hat, das möchte ich so haben. Und jetzt agieren sie so, als wenn jeder Mitbewerber eine existenzielle Bedrohung für sie ist. Und wir sehen ja jetzt auch, dass das zumindest jetzt am Anfang so in diesem ersten Jahr mitnichten so ist. Da steckt keiner in den Startlöchern und die, die da kommen, das verfängt alles nicht so richtig. Also diese alternativen App-Stores, klar, man könnte jetzt sagen, Apple macht es denen auch nicht ganz so leicht. Aber auf der anderen Seite habe ich auch noch kein Konzept gesehen, was mich vollends überzeugt. Was jetzt, wo ich sage, dieser App-Store ist jetzt pfiffig gemacht. Die App ist klasse. Das Angebot ist interessant. Also nichts dergleichen habe ich bislang gesehen. Und Apple kann sich da ganz bequem zurücklehnen, selbst wenn sie die Daumenschrauben für die alternativen App-Stores nicht so eng schnallen würden. Weil einfach, und da sind wir wieder beim Thema Personalisierung, weil es einen großen Stamm von Nutzern gibt, die einfach zufrieden sind mit dem, was sie haben, die gar nicht die Alternative bewusst suchen. Ja. Ich glaube, wir sehen so ganz leichte Ansätze von Sachen, die vielleicht interessant werden können. Also der App-Store, den Setup ja in einer geschlossenen Beta-Phase hatte und den sie jetzt langsam so ein bisschen auföffnen, der ist zumindest interessant, weil sie zwar praktisch dieselben Apps haben, die du auch in vielerlei Hinsicht im App-Store findest, aber dass halt sozusagen das Konzept, das Geschäftsmodell ein anderes ist, dass du praktisch diese Apps halt als Teil deines Setup-Abos bekommst. Also so wie Setup funktioniert ja jetzt, wer es auf dem Mac kennt, das vielleicht manche auch von den Hörern schon, du kannst halt einfach Setup abonnieren und dann kannst du alle Mac-Apps, die halt in deren, und die haben auch schon iOS-Apps seit langem da mit drin, die in deren Programm sind, die bekommst du halt, solange du abonnierst, hast du halt Zugriff auf die Apps und zwar auf alle aus dem Katalog und dann, wenn du halt aufhörst zu abonnieren, sind die Apps halt weg oder funktionslos. Und ist einfach interessant, weil es eine andere Art von Geschäftsmodell ist. Das mag man auch besser oder schlechter finden. Abos sind ja immer ein eigenes Reizthema, aber es ist natürlich interessant, sozusagen dieses Netflix-Flatrate-Modell zahlen halt so und so viele im Euro, zahlen Festpreis Euro pro Monat und dafür hast du halt Zugriff auf Inhalte oder in diesem Fall Apps. Und das halt auf iOS zu bringen, ist zumindest interessant, weil es eine klare, also einen anderen Ansatz gewählt als halt der klassische App Store, den halt Apple angeboten hat über all die Jahre und immer noch natürlich anbietet. Aber es ist natürlich, ja, auf der anderen Seite ist halt das Angebot halt sehr klein und du rennst im Moment noch in sehr viele Komischheiten rein von diesen Dritt-App-Stores. Da ist halt auch technisch, ist das alles noch ein bisschen wackeliger. Ich meine, die gibt es ja erst seit iOS 17.3 oder 17.4 oder was auch immer damals die erste Version war. Also das ist ja jetzt sechs Monate her praktisch, seit überhaupt die technische Basis geschaffen wurde. Und da sind wir natürlich, also da ist auch Apple nicht so weit und da sind die Drittanbieter nicht so weit. Da merkt man einfach, dass da noch viel gebaut werden muss, auch im Betriebssystem und bei diesen App-Läden, um das halt wirklich zu einer super bequemen Sache am Schluss zu machen. Aber man sieht so ganz erste Fünkchen davon, wenn man genau hinschaut, die Augen genau ganz zusammenpresst. Also der frühe Frühling hat sozusagen im Allstädten Apple-Ecosystem begonnen. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir müssen denen ja auch ein bisschen Zeit geben, noch erstmal sich dazu entwickeln. Bevor wir vielleicht mal so Betriebssystem für Betriebssystem auf so einem allgemeinen Plateau betrachten, wie man das, die Änderungen dort so vielleicht klassifizieren kann, lass uns doch vielleicht das Thema Apple Intelligence hier nochmal eben kurz aufgreifen. Denn da hat uns ja jetzt ganz frisch diese Woche eine interessante Nachricht erreicht. Wir haben ja in der iPhone Keynote oder im Video besser gesagt, haben wir ja diese Ankündigung gesehen, wie es denn weitergehen soll mit den Sprachen. Das war die Rede davon Ende dieses Jahres, Ende 24, nachdem US-Englisch im Oktober gestartet ist, sollen dann weitere englische Sprachen, was heißt Sprachen, aber so Spezifika, Dialekte, keine Ahnung, Ja, weiß nicht, Varianten. Ich weiß auch nicht, ob das die offizielle Bezeichnung ist. Auf jeden Fall soll das Englische halt noch weiter ausgebaut werden bis Ende des Jahres und ab nächstem Jahr 2025 sollen dann halt tatsächlich auch weitere Sprachunterstützung folgen und das war ja ein großer Schockmoment, ich muss auch sagen, ich war auch recht irritiert, als dann da diese Sprachen angezeigt wurden und dann waren da, war da Chinesisch dabei, Japanisch war glaube ich dabei, Französisch, Spanisch und ja, wie bist du dann zu Ende? So hat man so diese Staubbälle durch die Wüste rollen sehen und zirpen gehört. War da nicht noch eine Sprache? Ja, es fehlte tatsächlich die deutsche Sprache und klar, das erklärte sich natürlich schon dadurch, dass ja eben Spanisch und Französisch, auch wenn man sie jetzt im ersten Moment vielleicht der EU zurechnet, aber ja eben Weltsprachen sind, die in sehr vielen Ländern außerhalb der EU auch gesprochen werden, also dass Apple alleine zum französischen Kanada Nachbarland von den USA, völlig klar. Dennoch hat das zu Irritationen geführt und vor allem auch der bangen Frage, selbst wenn es jetzt dann eben mit der EU mal eine Einigung geben soll, wenn es gar kein Sprachpaket gibt, dann kann das ja mit der Apple Intelligence ja noch Jahre dauern und ja, ich hatte diese Woche Gelegenheit in München mit Bob Borkas zu sprechen, der ist in der Funktion nach Greg Joswiak fürs weltweite Produktmarketing zuständig, also als dessen Stellvertreter und der hat halt das europäische Chip-Design-Zentrum bei Apple in München besucht. Ja, und er hatte Interessantes zu verkünden, hören wir doch mal kurz rein. Also um das kurz zu übersetzen, er hat gesagt, dass Deutsch auch 2025 zu Apple Intelligence kommt, das wolle er ja mal klarstellen und zusammen noch mit weiteren Sprachen auch und diese Liste, die dort eben gezeigt wurde in der Keynote, sei keine erschöpfende Liste gewesen, das wären nur ein paar Beispiele gewesen. Eine Teaser-Liste sozusagen für Sprachen, die da kommen mögen. Best auf Sprachen, ja. Ja, also es ist natürlich schön, diese Bestätigung zu bekommen, die nachgeschobene Bestätigung, dass es halt tatsächlich einfach 2025 dieser Support für die deutsche Sprache halt einfach geplant und in Vorbereitung, in Entwicklung ist. Natürlich heißt der Support für die Sprache Deutsch nicht, dass die Funktionen auch automatisch in Deutschland dann verfügbar sein werden, zumindest was iOS und iPadOS angeht. Da ist eben das große Fragezeichen und das ist auch was, was immer noch, glaube ich, für viel Verwirrung unter den Nutzern sorgt, die jetzt halt überlegen, ja, ich würde eigentlich auch gerne Apple Intelligence benutzen. Okay, es geht nur auf Englisch, aber geht das jetzt irgendwie in der EU oder was geht in Deutschland oder wenn es dann auf Deutsch unterstützt wird, geht es in der EU und da ist so ein Durcheinander, dass man das irgendwie einfach aufdröseln muss, weil im Moment ist es ja sowieso, du hast schon gesagt, es funktioniert nur auf Englisch, jetzt für dieses Jahr sowieso, aber es funktioniert halt zumindest ab dem Update, was dann da kommt für macOS und iOS kommen ja auch 18.1 und macOS 15.1 im Oktober, hat Apple schon angekündigt und da wird Apple Intelligence zumindest in macOS funktionieren. Genau. In Deutschland. Genau. Aber in Deutschland. Auf Englisch. Genau, ja und das hat Bob uns auch nochmal bestätigt, da hören wir auch nochmal kurz rein. when Apple Intelligence comes to macOS Sequoia next month, it'll be available in US English and then when with German comes along, it'll, you know, be available in German as well. So macOS Sequoia has got kind of a clear path forward to deliver Apple Intelligence, which we think is going to be great here in the EU. As it relates to iOS and iPadOS, because of their designation under the DMA, there's some things that we need to clarify and we're engaged with the EC on that and, you know, ultimately our goal is to bring Apple Intelligence to as many of our customers as we possibly can forward to, you know, sharing news when we have it, but we don't have anything additional to say at this point. Also kurz übersetzt, dass macOS halt, wie Leo auch ja schon sagte, dann US-Englisch dann ab Minute 0 auch in der EU unterstützen wird, also ab Oktober dann, wenn das dann rauskommt. dass Deutsch dann sofort folgen wird, wenn das dann verfügbar ist, also sprich, wenn 25 die deutsche Sprache kommt und iPad und iPhone sind noch nicht so weit, immerhin auf Mac kann man dann die Apple Intelligence nutzen, zum Beispiel Textfunktionen, könnte ich mir dann sehr praktisch vorstellen und ja, er sagt aber eben auch, dass in Sachen iPhone und iPad, die eben als sehr große Plattform eingestuft wurden von der EU, man da halt immer noch mit der Kommission in Gesprächen ist und dass es da momentan keine Neuigkeiten gibt, die man jetzt dazu sagen kann. Ja, die bleiben eben der Knackpunkt. Also wir haben jetzt in der nächsten Mac & I in der 5.24 auch Praxisartikel zur Apple Intelligence, wie man das eben auch auf Mac aktiviert, auf Englisch und was man halt dafür machen muss. Da steht auch, welcher Workaround halt funktioniert, um es auf iOS und iPadOS zum aktuellen Stand zumindest zu aktivieren und was man halt mit Apple Intelligence bislang so machen kann. Und man kann halt nur nochmal betonen, egal ob man es aktivieren kann oder nicht, es funktioniert halt vorerst so oder so nur auf Englisch und das heißt ja nicht nur, dass du nur mit englischen Texten bearbeiten kannst, sondern dass natürlich auch die Sachen, die drumherum laufen, also so Zusammenfassungen von Benachrichtigungen, die funktionieren natürlich auch nur, wenn die Benachrichtigung auf Englisch ist. Also manchmal versucht es auch deutsche Texte zusammenzufassen, aber wenn es deutsche Texte zusammenfasst, werden die auch auf Englisch zusammengefasst. Also Apple Intelligence, also das, was aus Apple Intelligence rauskommt, ist Englisch und was in Apple Intelligence reingeht, sollte Englisch sein, weil sonst funktioniert es halt nicht richtig oder auf jeden Fall ist es dafür noch nicht ausgelegt. Und da muss man sich eben, und das schließt natürlich Siri mit ein, also auch Siri musst du eben auf US-Englisch umstellen, um halt die, sagen wir mal, sporadischen ersten Änderungen an Siri zu sehen, die halt jetzt im Rahmen von Apple Intelligence eingeführt werden. Und gut, da muss man sich halt mit Siri auf Englisch unterhalten. Für mich ist das auch ungewohnt zum Beispiel, kann man ja machen, aber ist natürlich ein bisschen seltsam, wenn man das nicht, wenn man nicht irgendwie standardmäßig in seinem Alltag irgendwie Englisch spricht. Wenn man eben was Positives abgewöhnen möchte, abgewinnen, abgewöhnen auch, aber abgewinnen möchte, dann vielleicht, dass es dann eine Art Sprachtraining dann ist, was man dann da genießt. Man muss ja vielleicht generell zu Apple Intelligence sagen, und ich meine, unsere EU-Perspektive auf die Sprachen rückt den Fokus natürlich immer sehr auf diesen Punkt Regulatorik, aber rein funktionell jetzt mit den Updates, die rausgekommen sind, sehen wir aber ja auch, dass Apple selbst im Heimatmarkt in den USA noch weit davon entfernt ist, alles auszurollen, was sie auf der WWDC angekündigt haben. Also ich glaube, der Zeitplan, der schien ja im Juni auch noch deutlich ambitionierter zu sein, dass das eigentlich alle dachten, mit 18.1 kommt, also manche dachten sogar, es kommt mit 18.0, schon ein bisschen Apple Intelligence, dann kam diese erste Kröte 18.1, es dauert bis Oktober, ja, das kann man noch verschmerzen, aber wir sehen jetzt ja auch in den Betas in 18.1, dass das im Wesentlichen textgenerative Funktionen sein werden und dass dieser ganze bildgenerierende Teil der Apple Intelligence, ganz zu schweigen vom Sprachassistenten, noch mindestens bis Ende des Jahres dauern werden, womöglich, oder teilweise wissen wir es ja auch sogar schon, dann auch sich in das Jahr 25 reinstrecken, also bei allem begründeten Ärger oder Frust darüber, nicht zu den Ersten in mancherlei Hinsicht gehört zu gehören, aber teilweise verpassen wir auch noch gar nicht so viel, weil Apple einfach generell an dem Thema noch arbeitet. Ja, schauen wir mal, wie schnell das vorangeht und wie sehr man das dann halt, vor allem, wie schnell halt diese Sprachunterstützung 2025 folgt, weil ich meine, ein Jahr ist ein langer Zeitraum, also ich meine, passiert das im Frühjahr, passiert das im Sommer, warten müssen wir auf iOS 19 warten, um diesen Deutsch-Support in Apple Intelligence zu sehen, wer weiß, ja, also all das wissen wir nicht, könnte auch, wir können auch sein, dass wir in einem Jahr da sitzen und uns immer noch darüber unterhalten, wo eigentlich die deutsche Apple Intelligence-Support ist, also ist möglich, 2025 ist lang, ja, da haben wir ein iPhone 17 in der Hand und schimpfen, dass Apple Intelligence nicht funktioniert auf Deutsch. Wir haben schon mal viel weniger gemerkt, wie lang so ein Quartal oder ein Frühling oder ein Jahr sein kann, ja, ja, warten wir es mal ab. Aber gut, machen wir erst mal jetzt unter die unfertigen Funktionen ein Haken und da kommen wir eh noch dann in späteren Sendungen drauf zu sprechen. Sprechen wir über das, was wir bekommen haben und vielleicht so den Blick einfach mal so von oben drauf. Wie könnte man jetzt die Betriebssysteme mit deren Weiterentwicklung in den aktuellen Versionen beschreiben? Und ja, iOS 18, Leo, wie würdest du das so charakterisieren? Ich glaube, iOS hat inzwischen ja auch so ein, ja, so eine, wie soll man sagen, so eine Erwachsenheit erreicht, wo es halt, wo die Entwicklungen nur noch ein bisschen langsamer vorangehen. Es ist ja gut, wenn es noch Entwicklungen gibt, aber es ist halt nicht mehr so in seinen wilden Teenie-Jahren, wo vielleicht irgendwie noch, ja, große Sprünge, also die Eltern wissen unter den Zuhörern, wir kennen die Geschichten wahrscheinlich. Und die anderen können sich es wahrscheinlich vorstellen, was es bedeutet. Aber es ist einfach so, wir sehen jetzt auch, genauso wie bei den iPhones, bei der Hardware, sehen wir sehr inkrementelle Detailverbesserungen, die da von Jahr zu Jahr, also einfach Feinschliff an verschiedenen Ecken, mal liegt der Fokus mehr darauf, mehr da drauf und iOS 18 ist da, glaube ich, kein Ausreißer. Also es ist, ich, also ich habe auch schon gehört, dass Leute irgendwie enttäuscht sind dann davon, weil halt, wir haben, glaube ich, auch vor Monaten, als wir uns das erste Mal oder das zweite Mal damals im Juni über die neuen Systeme und die ersten Betas unterhalten haben, haben wir, glaube ich, auch den Scherz gemacht, dass halt man installiert es und es sieht halt danach aus wie vorher und man bekommt irgendwie gar nicht mit, dass es eigentlich ein anderes, ein neues Betriebssystem ist. Und das ist sicher wahr. Das ist auf der anderen Seite auch wieder das Positive, dass man keine Angst haben muss, dass irgendwie alles über den Haufen geworfen wird, weil halt so radikale Veränderungen drin sind, sondern das Basissystem ist eigentlich gleich. Und wenn man natürlich dann in die Details reingeht und anfängt, seinen Homescreen anzupassen und dann sieht, okay, da kann ich jetzt halt irgendwie meine Icons auch dunkel machen, was sehr schön ist, im Dunkelmodus auch dunkle Icons zu haben. Also ich begrüße das sehr. Dann sind es halt solche punktuellen Sachen, die einfach weiterentwickelt wurden. Es gibt eigentlich es gibt eigentlich hauptsächlich eine wirklich relativ radikale Neuerung und das ist einfach die Fotos App. Da haben wir auch schon drüber gesprochen und da hat man auch gemerkt, dass Beta ja, dass nicht Beta, sondern Apple in den Betas durchaus Gegenwind bekommen hat von den frühen Testern, die halt auch ein bisschen, die Fotos App ist halt jetzt so lange in einem relativ festen Bedienoberflächenrahmen gewesen, dass eine so zentrale App, wenn die geändert wird, das geht natürlich nicht einfach so über die Bühne. Also ich meine, da Leute haben ja ja Muscle Memory, wie sagt man, Muskelerinnerungen gibt es auf Deutsch nicht, oder? Muskelgedächtnis. Muskelgedächtnis. Ah, ja. Also das geht, das geht ja wirklich ins Muskelgedächtnis über, wie du diese Fotos App bedient hast, wo du halt drauf drückst, welche Ansicht du halt zum Start öffnest und wie dann halt alles aussieht und wie du dich durch deine Mediathek aus deinen eigenen Aufnahmen bewegst. Und es ist halt auch eine super persönliche App, weil halt deine persönlichen Aufnahmen da drin sind. Und wenn sowas plötzlich geändert wird, das kann ein Schock sein, was ich nachvollziehen kann, weil für mich war es auch ein Schock im Juni. Also ich musste, ich habe diesen Prozess, der jetzt Leute erwischt, die jetzt iOS 18 installieren, den hatte ich im Juni auch und damals war die noch ein bisschen wilder, die haben sie ja ein bisschen zurückgedreht, die Änderungen. Und man muss sich umstellen. Ich würde jetzt sagen, nach drei Monaten, die ich mich sehr langsam an diese neuen Fotos App ran tasten konnte, gefällt sie mir eigentlich recht gut, weil man kann sie, auch hier wieder Personalisierung, Stichwort Personalisierung, man kann sie sehr flexibel anpassen und man kann zum Beispiel auch Elemente, die einen nicht interessieren, kann man halt ausblenden und rauswerfen in Anführungszeichen, sodass man am Schluss das vielleicht hinbekommt, was man möchte. Ich möchte meine Betrachtung zweiteilen. Also ich sehe den guten Gedanken und unterstütze ihn, dass Apple halt gesagt hat, dieses eine App für alle passt nicht mehr, dass du eben einstellen kannst, dass du bestimmte Galerien an bestimmten Stellen bevorzugt siehst oder generell, sag ich mal, gewisse Genres der App dann eben dann dir auf diesem One-Page-Design selber zusammenstellen kannst. Das finde ich grundsätzlich eine gute Idee und auch trägt auch, glaube ich, dem Rechnung, was Nutzer sich vielleicht auch insgeheim gewünscht haben. Ich habe doch aber mit der Bedienung nach wie vor ein Problem, weil ich manchmal schon in der Navigationshierarchie nicht so richtig weiß, wo ich gerade bin, wenn ich dann rausgehe und irgendwie, sag mal, es fehlt so dieser Shortcard zu alle Bildern. Das ist eigentlich, ich finde, es muss irgendwie eigentlich eine Konstante geben und diese Bilder, diese Fotorolle, diese klassische, ein Urelement des iPhones, der Bilder, kommt mir zu kurz. Also Apple denkt da zu sehr, jetzt finde ich manchmal in Alben und Zusammenstellungen und bietet mir nicht eigentlich diese, ja man kann schon fast sagen, File-Browser-Perspektive, so ad hoc. Und das hat aber, glaube ich, maßgeblich was damit zu tun und da schlage ich jetzt mal eine Brücke gleich noch zu iPadWare. heißt, dass Apple sich irgendwie insgeheim gerade von der Tabbar verabschiedet. Also ich habe wirklich den Eindruck, dass die Tabbar irgendwie auf der Streichliste steht. Man versucht sie bei eigenen System-Apps irgendwie zu umgehen und auf dem iPad hat man ja diese ganz merkwürdige, pillenförmige Anordnung da geschaffen, die jetzt irgendwie so in der Luft hängt und die auch, die sich diese Tabbar-Icons spart, die ja eigentlich auch zur Orientierung doch durchaus wichtig waren. Also damit muss ich sagen, das ist das Element dieser beiden Updates, iOS 18, iPadOS 18, wo ich echt immer noch am Kämpfen bin. Möchte nicht ausschließen, dass ich mich dran gewöhne, aber es fällt schwer. Ja, ja, also kann ich absolut nachvollziehen, dass das schwerfällt. Also ich würde sozusagen sagen, bevor man erzürnt ist, was auch nachvollziehbar ist, auf jeden Fall der App ein bisschen Zeit geben und sich dran gewöhnen. Also ich glaube, das war zumindest für mich der Schlüssel dazu, um nicht nur die App kennenzulernen, wie sie funktioniert und wie sie gedacht ist und aufgebaut ist und was da irgendwie sich geändert hat, sondern um die auch zu einem Punkt zu bringen, wo ich jetzt für mich sagen würde, ich würde sie bevorzugen gegenüber der Fotos App, die halt bis iOS 17 integriert war. Aber es war ein längerer Prozess. Dazu haben wir übrigens auch, haben wir auch eine Tippstrecke, die auch auf Heise Plus bereits online ist, die können wir auch in den Shownotes nochmal verlinken, die halt genau reinführt in diese Elemente. Wo ist jetzt was und wie passe ich das am Schluss? Wie für mich ist es. Ja, wo finde ich es und wie passe ich es am Schluss so an, dass es irgendwie so aussieht, wie ich möchte. Also du musst auch noch lesen. Ja, ich habe den Wink mit dem Zauernfall verstanden. Sie ist genau für mich geschrieben, auf den Leib geschrieben. Ja, ansonsten gibt es ja auch noch die Journal App, da kann man jetzt ja auch dann seine Emotionen dann mitteilen, wenn man dann etwas sauer ist. Wie fühlst du dich gerade? Oh, ich bin total traurig über die Fotos App. Vielleicht hilft ja die Reflexion darüber dann auch dann ein bisschen weiter. Ja, also iOS 18 insgesamt, du würdest also sagen, greift. Mit 18 ist man ja manchmal auch noch nicht so vollends erwachsen, also da ist noch Luft nach oben. Mal mehr, mal weniger. Das ist richtig. Aber insgesamt, sage ich mal, ist das Kind jetzt schon so eigenständig. Übrigens ganz interessant, mir ist die Tage noch aufgefallen, es gab doch so um das iPhone X herum damals Diskussionen über die Nummerierung und damals hielt man es ja ziemlich für ausgeschlossen, dass Apple irgendwie, sage ich mal, bis 18, 19 weiterzählt, weil das doch absurd hohe Zahlen sind und wir sind jetzt genau da. Wir haben das iPhone 16 und iOS 18. Am Ende, also es gab ja nur diesen kurzen Exkurs mit dem iPhone X in römischer Schreibweise und XR und so weiter, aber ja, man ist am Ende doch dort gelandet. Ja, also ich ist auch, da kommen wir jetzt wirklich auf einen anderen Part, weil also iPhone 23 zum Beispiel kann ich auch noch nicht so recht sehen. Also wie lange kannst du diese Zahlen nach oben drehen, ohne dass es dann doch irgendwie absurd wird. Aber wir werden es sehen. Bei Betriebssystemen ist natürlich immer noch ein bisschen einfacher, obwohl halt die Zahl ja auch bei iOS immer sehr prominent ist, also auch in Apples Marketing Materialien und wird ja überall auch hervorgestellt, natürlich diese Nummer und macht es natürlich auch ein bisschen einfacher, weil ja einfach so schnell sich der, dieser Reigen halt vorantreibt, weil ja letztlich wir einfach diesen Jahreszyklus gerade bei iOS haben, dass halt jedes Jahr eine große neue Version kommt. Ja, aber ich denke, also unterm Strich, ich empfinde es als gutes Update. Ich habe auch wenig Problemmeldungen so als Feedback bekommen bis jetzt. Also es scheint relativ sauber zu sein. Ich meine, wie immer haben, also immer haben Leute irgendwie Akkuprobleme nach Updates. Das ist, glaube ich, relativ normal, dass das irgendjemanden erwischt. Muss man halt schauen, was da die Auslöser sind inzwischen sehr schwierig, nur noch zu beziffern, weil die Komplexität durch die verschiedenen Apps, die man benutzt und Dienste, die man benutzt, sehr hoch geworden ist, sodass sich das oft nicht mehr so richtig eingrenzen lässt, wer da eigentlich der Buhmann ist. Kann man natürlich auch immer in die Batterieeinstellungen so reinschauen, aber da kriegt man auch nicht immer heraus, was dann welche App da wirklich irgendwie vielleicht über die Strenge schlägt oder ob es halt das Betriebssystem ist oder irgendwas im Hintergrund ist. Nach Updates sollte man sowieso mal ein paar Tage irgendwie warten, bis sich alles, alle Systemprozesse mal durchgelaufen sind und alles halt abgeschlossen hat, an was so rund um diesen Update-Prozess halt durchläuft. Aber danach muss man halt sehen, was mit der App, wo man dann rauskommt mit seiner Akkulaufzeit. Ich mache mal den Aufschlag jetzt zum nächsten Betriebssystem, iPadOS 18. Wir haben es ja gerade schon ein bisschen gestreift mit der Tabbar und ich finde erstaunlich unambitioniert, was die Frage angeht, jetzt irgendwie diesen Pro-Gedanken vorzuführen oder generell, sage ich mal, die Annäherung an einen echten Computer vorzuführen, was ja mit dem Stage-Manager ja sehr intensiv betrieben wurde, kontrovers diskutiert wurde. Hier zu diesem Update spielt das alles gar keine Rolle. Dafür erfreulich wiederum, dass man dann aber dafür mal wieder aufgeschlossen hat zu iOS, dass wir also Funktionen wie zum Beispiel jetzt dann die neuen Gestaltungsmöglichkeiten beim Homescreen, das Kontrollzentrum gleich im gleichen Jahr bekommen. Das haben wir ja nun einige Jahre schmerzlich erfahren müssen, dass wir immer ein bisschen hinterher waren mit dem iPad. Und, ja, und das kommt nicht so ganz überraschend, aber auf eine Weise dann doch, weil bei Apple dann diese Kontinuität manchmal da an der Stelle auch nicht gegeben war, ein Commitment zum Pencil. Also der Pencil ist ja schon so ein kleiner Star von iPadOS 18. Es stützt sich halt jetzt wirklich auf die, sagen wir mal, herausragende Spezialität des iPads. Und das ist halt einfach die Stifteingabe und natürlich damit auch handschriftliche Eingaben. Und das ist wirklich die einzig große nennenswerte Verbesserung, die auch jetzt iPadOS von iOS 18 unterscheidet. Also eigentlich alle anderen Sachen, die jetzt auch Apple spezifisch damals im Juni zu iPadOS 18 vorgestellt hat, die sind alle auch in iOS 18. Also diese mathematischen Notizen zum Beispiel. Also du kannst ja überall jetzt in iOS 18 einfach über die Tastatur eingeben, du kannst Sachen um, also Basisrechenaufgaben ausführen, du kannst Umrechnungen machen, Währungsumrechnungen, Temperaturumrechnungen, Mengeneinheiten, kannst du einfach über die Tastatur eingeben und dann packst du und ist gleich dahinter und das Betriebssystem spuckt dir halt als Taschenrechner praktisch die Antwort aus. Und das hat mit iPadOS 18 nichts zu tun. Apple hat es damals so präsentiert, aber das sind natürlich Änderungen, die jetzt in mindestens den beiden Systemen drin sind. Und dann bleibt halt für iPadOS 18 nicht mehr viel übrig, außer halt eben diese handschriftliche Geschichte, die clever ist, weil das halt wirklich nach wie vor eben das iPad abhebt, die Apple Pencil Unterstützung und die war jetzt noch ein bisschen in den Betas war die ziemlich wackelig. Also ich glaube auch in der iPadOS 18.0 muss man vielleicht da auch noch seine Erwartungen da dran vielleicht noch ein bisschen tief stapeln. die Idee ist ja, dass du handschriftlich schreibst, einfach mit deiner Hand, mit dem Pencil und zum Beispiel in der Notizen-App und dann praktisch das Betriebssystem eben deine Handschrift, wie soll man sagen, so ein bisschen gerade rückt und halt, ja, ich will nicht sagen Schönschrift draus macht, aber es ist etwas lesbarer gestaltet, je nachdem, wie die eigene Handschrift ist. Und dass man natürlich auch praktisch mit diesen handschriftlichen Sachen arbeitet, also dass die zum Beispiel die Textkorrektur halt auch auf handschriftliche Texte funktioniert, also dir halt Rechtschreibfehler angekringelt werden und dass du halt, du kannst sogar Text irgendwie kopieren und dann in Form deiner Handschrift einfügen, also digitalen Text nehmen und den als deine Handschrift, als eine neue handschriftliche Notiz einfügen, was irgendwie auch verrückt ist am Schluss. Ich weiß auch nicht, ob ich, also ich habe, das ist was, was ich nicht so brauche spezifisch, aber da gibt es, glaube ich, einiges zu entdecken und für Leute, die das iPad tatsächlich eben spezifisch dafür benutzen, um eben handschriftlich, sei es jetzt irgendwie in der Uni oder in irgendeiner Vorlesung oder was man halt auch immer macht oder sei es halt, dass man seine eigene Wochenplanung gern handschriftlich macht, also es gibt ja, glaube ich, immer noch genug, genug Einsatzzwecke für handschriftliche Notizen und vielleicht auch gleich, also abgesehen jetzt von Skizzen und Malen und da ist, ist es auf jeden Fall ein Sprung. Auf der anderen Seite habe ich mich jetzt wirklich ein bisschen von dieser Vorstellung verabschiedet, dass iPadOS irgendwie sich nochmal dahin bewegt, zu einem ernsthaften Desktop-Betriebssystem zu werden. Ich weiß nicht, vielleicht überrascht uns Apple mit iPadOS 19, vielleicht nicht, meine Erwartungen und Hoffnungen sind inzwischen sehr, sehr, sehr gering, was das angeht. Ja, also, wenn man das mal ganzheitlich betrachtet, muss man ja sagen, dass Apple beim iPad in Punkto Steuerung ja keine ganz klare Linie verfolgt hat. Das ist irgendwie immer hin und her gegangen. Es hat irgendwie so angefangen als Touch-Device, dann war es plötzlich auserkoren als Computer-Alternative, was auch ein wenig daher rührte, dass sie auch das Preisniveau angehoben haben damals mit dem Aufkommen der Pro-Geräte, das musste gerechtfertigt werden und dann verharrte das iPad ja irgendwie glücklos irgendwie jahrelang so in dieser Rolle so, ja, ist es jetzt ein vollständiger Computer, ist es am Ende ein Touch-Device, was ich dann bei Bedarf auch nochmal mit Tastatur bedienen kann und so bis hin zur, möchte ich fast schon sagen, fast völligen Stift-Vergessenheit, der ja irgendwie dann auch nicht aktualisiert wurde und wo Apple dann selber auch im Betriebssystem keine Anstalten gezeigt hat, den weitergehend zu unterstützen. Deshalb ist ja dieses Signal, was von iPadOS 18 ausgeht, für den Stift ein gutes. Es ist ja dieses, dass Apple endlich mal weiterdenkt, was kann man mit dem Stift eigentlich machen und ich finde, ganz schlaue Sachen kann man damit machen. Die Frage, und der Apple Pencil Pro hat natürlich jetzt auch hardwareseitig da den Weg geebnet. Ich muss ja sagen, das ist für mich eigentlich der erste Stift, der wirklich das Potenzial eines digitalen Stiftes ausschöpft. Vorher war es ja echt nur ein zwar mit Technik vollgestopfter, aber irgendwie totwirkender Gegenstand, den ich halt dann statt des Fingers auf dem Display bewegt habe. Jetzt habe ich ja viel mehr Steuermöglichkeiten. Also ich finde, für den Pencil gibt es gute Signale, aber auch da, aus der Historie heraus, frage ich mich natürlich, wie nachhaltig ist diese Entwicklung? Also wenn ich jetzt voll auf Pencil, Pencil Pro gehe und diese Funktionen und erwarte jetzt von iPadOS 19 und 20 weitere Impulse, bekomme ich die von Apple? Oder ist das Trendthema des Jahres dann wieder ein anderes und der Stage Manager bekommt dann Version 2 und man will doch jetzt wieder sich an den Mac ranmachen und ja, keine Ahnung. Also die iPad-Geschichte ist recht wechselvoll. Und man sieht es ja auch übrigens an dem Splitting überhaupt, dass man ja seinerzeit iOS und iPadOS getrennt hat. Mit der Hoffnung, dass eben die Tablet-Spezifika dann sich freier entwickeln kann mit der Realität, dass iPadOS immer ein Jahr hinter iOS hinterher hinkte und nichts Nennenswertes gebracht hat, um da irgendwie Eigenständigkeit aufzubauen. Und jetzt sind wir eigentlich ja wieder so an der Nahtstelle, dass man fast sagen könnte, ja okay, eigentlich könnte es auch iOS heißen. Es ist ja wirklich vom Feature-Set so identisch teilweise. Die Schnittmengen sind ja deutlich größer als jetzt dann eben mit den anderen Betriebses. Oh ja, absolut. Also es ist halt schade, dass Stage-Manager Stage-Manager kam neu, dann haben sie es ein bisschen fein justiert und jetzt ist hat sich, ich glaube, es hat sich wirklich gar nichts an Stage-Manager in iPadOS 18 geändert. Ich glaube wirklich null, also wirklich nichts. Und das ist schon ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen wild, muss man sagen, weil Stage-Manager ist nutzbar, aber weit entfernt davon, eine sinnvolle Fensterverwaltung zu sein. Also da wäre eigentlich unglaublich viel Arbeit nötig, um das auf einen sinnvollen Zustand zu bekommen. Und das ist jetzt zumindest dieses Jahr nicht passiert, was schade ist. Vielleicht noch als Abschluss zu iPadOS, was man jetzt auf jeden Fall anmerken muss und ohne die EU-Diskussion wieder aufzumachen, aber iPadOS fällt jetzt eben unter dieselben Regeln, unter die halt auch iOS schon seit 17.3 oder 4 oder was auch immer es war, halt fällt. Das heißt halt, dass wir jetzt eben, ich glaube auch Epic Games hat zum Beispiel seinen Game Store jetzt schon fürs iPad angepasst. Das heißt, man kann eben vor Ort halt auch auf dem iPad installieren, auf iPadOS 18 installieren und man bekommt halt jetzt all diese Sachen und vielleicht sehen wir halt doch irgendwann Chrome und Firefox mit einer eigenen Engine, wo man gerade sagen kann, da sind wir jetzt dann wieder in der Diskussion, wie nah kommt vielleicht das iPad dann doch einem Desktop-Betriebssystem, wo du halt auch eine vollwertige Browser-Alternativen hast und nicht auf Safari allein angewiesen bist. Ich fordere freies Multitasking. Das wollen wir bei der EU anrufen. Genau. Stage Manager öffnen. Alternative Stage Manager. Wettbewerbsfeindliche Fenstereinschränkungen beheben. Ja, ja, ja. Ich meine, da könnte tatsächlich noch eine Chance drin liegen. Ich meine, die Tragik des iPads ist ja, dass Apple dieses Gerät ja auch mit Leistung über die Jahre vollgestopft hat, ohne Ende. Und wir haben ja zuerst den M4 bekommen, auf den wir jetzt, der jetzt vielleicht noch in diesem Herbst wahrscheinlich bei den Macs kommt. Aber so richtig das Potenzial des M4 schöpfen, werden wir tatsächlich auch erst mit den Macs, weil iPadOS eben nicht der Enabler geworden ist, den manche da erwartet haben im Sommer. Das war ja auch mein Gedanke. Ich habe gedacht, guck, da kommen jetzt diese iPads, das iPad Pro rund erneuert, nicht nur dünner, sondern eben auch mit der Idee, wir machen in der Software jetzt noch mal mehr davon, deshalb auch der M4 als Statement und ja, und dann kam halt iPadOS und brachte uns einen frei einstellbaren Homescreen. Richtig. Was man so macht mit der Kraft eines 3-Nanometer-Schiffs. Genug gespottet. Wir wollen ja, also wir sehen ja auch das Positive in iPadOS, aber es sei uns erlaubt, dass wir ein bisschen gewitzelt haben. Beim nächsten Betriebssystem, muss ich sagen, entwickelt sich solide weiter. Also WatchOS 11 ist der nächste Punkt. Ein wenig, muss ich sagen, habe ich es am Anfang unterschätzt. Ich habe mir auf den letzten Metern die Beta noch auf meine Uhr geladen und habe dann festgestellt, meine Güte, hat sich doch schon an einigen Stellen noch mal signifikant dann optisch weiterentwickelt. Und es ist eine schöne Fortführung der Dinge, die WatchOS 10 angestoßen hat oder angefangen hat. Also da war letztes Jahr, war, glaube ich, einfach manches noch nicht fertig und das ist jetzt erst mit WatchOS 11 nachgeholt worden. Und WatchOS 11 wirkt wie ein bisschen kleineres Update, weil halt WatchOS 10 doch so viele Neuerungen ja bis hin zu den Bedienern, also der Tasten Neubelegung gebracht hat, dass halt plötzlich kam dieser Smart-Stapel kam plötzlich rein und dann musstest du dich halt umdenken, wo du jetzt, welche Taste du jetzt für was eigentlich gedrückt hast. Und dieser Prozess, den schließen sie jetzt in diesem Jahr, denke ich, eigentlich ab oder sie schließen sie nicht ab, aber sie führen ihn zu einem Punkt, wo man merkt, was die Idee dahinter war, weil wir jetzt zum Beispiel ja auch einfach den Support für Live-Aktivitäten drin haben. Also eine Live-Aktivität, die auf dem iPhone läuft, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Lieferinformationen von einem Essenslieferdienst oder sowas, die landen halt dann auch einfach eins zu eins auf der Watch eben in diesem Smart-Stapel oder auch Musikwiedergabe ist vielleicht die einfachste Sache, weil diese Live-Aktivität kennt, glaube ich, jeder ist, glaube ich, in vielen Köpfen noch nicht als Live-Aktivität vermerkt, aber auch die Musiksteuerung ist letztlich eine Live-Aktivität. Das heißt, die ist halt im Dynamic Island auf dem iPhone und die landet jetzt als Live-Aktivität auch in WatchOS und aktiviert eben auch automatisch diesen Smart-Stapel, sodass der wie ein alternatives Ziffernblatt jetzt funktioniert. Also der taucht dann plötzlich auf. Das kann man übrigens abschalten. Also wer davon genervt ist, dass plötzlich der Smart-Stapel eingeblendet wird mit dieser Live-Aktivität, der kann das alles wieder zurücknehmen. Ich finde es interessant, mich stört es auch manchmal, weil ich es auch nicht immer brauche und möchte, aber die Idee erscheint mir jetzt zumindest zu Ende gedacht, weil sie letztes Jahr der Smart-Stapel in WatchOS 10, ich habe den ein paar Mal aufgemacht und dann habe ich ihn ignoriert, mehr oder weniger, das Jahr. Und ich glaube, jetzt ist der so, dass man merkt, okay, da hast du die Widgets, da hast du die Live-Aktivitäten, der kommt teilweise automatisch, wenn man möchte und ist dann einfach da und man hat ja, ich habe mich im letzten Jahr mal gewundert, warum ist da riesig die Uhrzeit wieder in diesem Widget-Stapel, die ja vorher schon auf meinem Ziffernblatt ist und es ergibt einfach sofort Sinn, wenn du diesen Widget-Stapel so wie das alte Siri-Ziffernblatt halt als ein eigenes Ziffernblatt betrachtest und diesen Schritt hat Apple jetzt endlich vollzogen. Also das ist, glaube ich, ein großer Punkt von WatchOS 11 und sie haben halt viel Kleinkram jetzt rund um die, vor allem die Trainingsringe und diese Idee, dass du nie Pausen machen darfst und jetzt kannst du halt deine Ringe pausieren, wenn du krank bist und kannst dir verschiedene Ziele setzen für verschiedene Tage, wenn du merkst, okay, ich habe halt nur am Wochenende Zeit, um Sport zu machen, dann musst du dich nicht die ganze Woche über frustriert sein, dass du deine Ringe nicht schließt und dann sagst du einfach, legst halt die Werte für die Wochentage anders fest. Also das sind sehr überfällige Veränderungen und Verbesserungen, aber auch sehr erfreuliche Verbesserungen, dass die jetzt gekommen sind und wer da natürlich noch weiter reinsteigen möchte, der kann sich jetzt dann mit dieser Trainingsbelastung halt sich anschauen, so wie entwickelt sich meine Trainingsbelastung im Vergleich zu den letzten, in den letzten sieben Tagen im Vergleich zu den letzten 28 Tagen und man kann so bei jedem Workout sagen, hey, das war jetzt super hart und das war super easy und dann hast du am Schluss so eine gefühlte Trainingsbelastung und das ist nicht verkehrt, ja, so ein bisschen zu sehen, entwickelt sich, wo entwickelt sich das hin. Also nette Ansätze jetzt rund um Fitness und Health haben wir natürlich auch da, werten sie ja jetzt diese Vitalwerte, die halt alles, was im Schlaf aufgezeichnet wird an Hintergrunddaten landet jetzt praktisch in so einer Art Kurve und wenn halt die Werte aus der Reihe tanzen, dann kriegst du eine Warnmeldung und sagst, hier, Achtung, schau mal, was da los ist. Ich möchte das Fass mit den Versionsnummern nicht aufmachen, aber bei WatchOS so schön diese Veränderungen sind, aber am Ende sind das ja eigentlich immer eher Fortschreibungen, die man sich durchaus auch in einem Punktrelease dann vorstellen könnte. Also ich sag mal zum Beispiel jetzt Trainingseinheiten zu pausieren, ist sicherlich ein langgehickter Wunsch von vielen, die mal damit zu kämpfen hatten, dass sie eine Grippe plötzlich lahmgelegt hat und dann war diese wunderbare Strecke, die du da hattest, du hast jetzt 500 Tage am Stück deine Ringe geschlossen, die war dann jäh zu Ende und du konntest wieder von vorne anfangen. Klar, ich meine, es macht natürlich auch das Potenzial auf, dass eben dann der gemütliche Mensch dann auch mal sich dann Auszeiten gönnt, ohne jetzt krank zu sein und dann seine Ringstrecke weitermacht. Aber es ist positiver, als sich durch so einen Fitnesszwang zu hetzen, glaube ich. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Das ist der Wahl, da ist ja die Apple Watch schon früh auch manchmal über die Stränge geschlagen. Steh auf, sonst stirbst du. Pass auf und atme, mehr Achtsamkeit. Leute werden ja völlig verrückt von diesen Hinweisen. Also ich meine, jetzt mal durchatmen und du merkst, Leute sind super, sofort super erzürnt über diese Meldung, anstatt irgendwie sich zu entspannen. Also da muss man sehr vorsichtig sein mit dieser Art von Fitnessgängelung. Die ist ein sehr schmaler Grad, wo das motiviert oder wo es halt ins Gegenteil umschlägt. Und deshalb, das war sehr überfällig, dass sie das jetzt mal integriert haben, solche Pausefunktionen. Naja, und wie bei Computerspielen, finde ich auch, gibt es zwei Komponenten. Bei Multiplayer-Aktivitäten ist natürlich eine gewisse Messbarkeit untereinander wichtig. Da ist es natürlich unfair, wenn der eine cheatet und der andere eilt dann davon und ist diszipliniert. Also ich finde, da müssen, da muss schon für alle Teilnehmer nachvollziehbar sein, ob man mit gleichen Bedingungen arbeitet. Aber diese Gamification für mich selbst, der Fitness, dem Nutzer da ein bisschen mehr Eigenverantwortung an die Hand zu geben, finde ich vollkommen okay. Und ja, wie du, was du schon sagst, das kann halt auch ganz schnell umschlagen. Und ich hatte eben auch schon diese Frustmomente, aus irgendwelchen Gründen habe ich dann an einem Tag meine Ringe nicht geschlossen und dann waren zwei Jahre angeschlossene Ringe dahin. Das motiviert dich nur, das motiviert dich nur bedingt, dann wieder von Null anzufangen. Exakt, exakt. Also das ist ja genau der Punkt, also das ist, dass es demotivierend eigentlich war, wie es bis jetzt angelegt war oder oft demotivierend sein konnte. Und ich denke auch, dass es eigentlich unterm Strich sind das sehr positive, sind das sehr positive Schritte in WatchOS 11. Also WatchOS 11 ist für mich eigentlich so mit das Highlight dieses Jahr von der Menge Erneuerungen, auch wenn die kleinere Neuerungen, man sagen kann, sind. Aber so insgesamt, es wirkt jetzt nach einem relativ runden Betriebssystem für die Uhr, sagen wir es so. Ja, und nebenbei ist es natürlich auch so, dass WatchOS allein deshalb jedes Jahr ein Highlight ist, weil es dann irgendwie auch zwei, drei neue Zifferblätter gibt und die sind ja jetzt in den... Jetzt kommen wir zu einem sehr negativen Punkt am Schluss gekommen. Ich muss sofort meine Achtsamkeits-App starten und ein paar tiefe Luftzüge nehmen. Na, so viel. Na, so viel. Bist du von den Zifferblättern etwa enttäuscht, Leo? Ich bin bestürzt. Zifferblätter sind halt echt noch ein Reizthema, glaube ich, nach wie vor bei der Apple Watch, dass da irgendwie halt jedes Jahr irgendwie zwei, drei, vielleicht sind es mal vier oder so, wenn es hochkommt, rausfallen. Es ist schon ein bisschen... So wollte ich das gar nicht gemeint haben. Ich wollte jetzt nicht dieses Zifferblatt-App-Store-Thema aufmachen. Da sind wir doch eigentlich drüber hinweg. Gut, 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 gut. Gut, gut. Also die Rufe danach, aber wirklich, die Rufe danach sind ja wirklich verstummt. Also über Jahre war das ja mal noch ein großes Thema und Hoffnungsschimmer und ach, Apple öffnet das vielleicht noch mal. Jetzt mittlerweile glaubt das wirklich keiner mehr, dass das passieren wird. Und ich finde wirklich diese neuen Zifferblätter schön. Die sind schön, ja. Würde ich unterschreiben. Und auch das Fotos-Zifferblatt, was es ja schon gab, was sie aber sehr stark verbessert haben, ist, und ich glaube, da hat Apple sogar auf einer Keynote mal gesagt, das ist das meistverwendete Ziffernblatt von allen Ziffernblättern auf der Watch, was mich immer wieder überrascht, weil ich möchte kein Foto-Ziffernblatt auf meiner Uhr haben. Aber Leute sind offensichtlich extrem begeistert davon. Und das funktioniert halt jetzt viel besser als vorher und ist viel flexibler und ist viel schlauer, wie es irgendwie Bilder wählt und auch den Ausschnitt bestimmt. Also das ist sehr schick geworden. Ich kann damit persönlich wenig anfangen, weil ich weiß nicht, was ich damit machen soll, aber jemand, der halt gern die Fotos auf seinem Ziffernblatt haben will, der wird sich sicher freuen über, also würde mich wundern, wenn man da enttäuscht von ist, von diesem Update dann. Ich wünsche mir ein anfassbares Mickey-Maus-Zifferblatt, wo ich meinen Konterfei reinmachen kann und dann mit den wackelnden Armen dann die Zeit anstatt. Und mit Mickey-Maus-Stimme die Uhrzeit ansagst. Machen wir den nächsten, ja, das wäre neu. Nächste Podcast-Folge machen wir mit Maltes Mickey-Maus-Stimme. Maltes absurde Feature-Wünsche für die Zukunft, genau. Ja, ich wollte eigentlich aufhören, spöttisch zu sein, aber jetzt geht es dann doch weiter. Wir hatten über Versionsnummern gesprochen, jetzt sprechen wir über ein Betriebssystem, das ja nicht nur jedes Jahr eine Versionsnummer neu verpasst bekommt, sondern ja so obendrein auch noch einen ausgefallenen Ortsnamen in Kalifornien. Ja. Der kreative Aufwand, diesem Betriebssystem eine neue Bedeutung zu geben, ist ja hoch. Siehst du das auch unterfüttert durch Features? Wir sprechen über Mac OS. Also unter der Brille betrachtet, dass der Aufwand dieses Brandings und dieser Zusatzbezeichnung hinter der Zahl, der steht, da kann man tatsächlich darüber diskutieren, ob der in Relation zu den Feature-Neuerungen steht. Und es ist in der Tat so, dass Mac OS 15, glaube ich, am deutlichsten identisch ist mit seinem Mac OS 14 und auch den Jahren zuvor, in denen halt wirklich, wirklich sehr, sehr kleine Schritte sind. Ich meine, es ist schon so, dass sie auch da ähnlich wie bei iPad OS erfreulich ist, dass jetzt viele Sachen, die auch in iOS 18 neu sind, was jetzt zum Beispiel also Apples eigene Apps angeht, dass die es schon auch in der einen oder anderen Form halt in Mac OS 15 geschafft haben. Also zum Beispiel einfach die Nachrichten-App und alles rund um iMessage und auch zum Beispiel der Support für RCS-Nachrichten, also wenn du halt mit dem iPhone das Zusammenspiel hast, du kannst diese Nachrichten-App ist funktionell jetzt mehr oder weniger eins zu eins auf dem Mac und das ist bei anderen Apps auch so. Und das ist eigentlich erfreulich, weil das war nicht immer so. Also da war ja oft auch manchmal Mac OS funktionsweise hinterher geblieben. Und insofern gibt es durchaus eine Reihe von positiven Elementen an Mac OS 15. Es ist halt sehr schade, dass wir halt in der EU, da haben wir schon drüber gesprochen, halt diese iPhone-Synchronisierung oder das iPhone-Mirroring nicht bekommen haben, weil ich glaube, dass das eine sehr nette Funktion ist, dass du eben dein iPhone vom Mac aus bedienen kannst und halt auch deine iPhone-Benachrichtigungen auf dem Mac ankommen und damit du einfach siehst, was auf deinem iPhone passiert. Wenn man das denn möchte, kann man natürlich ja alles auch ausknipsen. Aber es gibt leider eine Entwicklung, die mir Mac OS 15 so ein bisschen, ja, nicht wirklich vergrätzt, aber die doch auffällig jetzt in den letzten, die hat sich auch schon über die letzten Jahre immer deutlicher abgezeichnet von Jahr zu Jahr, ist einfach diese Tendenz bei Apple, immer neue Sicherheits- und Nachfrage- und Datenschutzfunktionen einzubauen, die aber jetzt an einem Punkt gekommen sind, dass die so ein bisschen über die Kippe geraten, wo es von sinnvoll wirklich in teilweise nervend abkippt. Also als ich zum Beispiel Mac OS 15 nochmal auf einem anderen Computer praktisch frisch von Mac OS 14 auf Mac OS 15 aktualisiert habe, ohne jetzt Beta-Kram zu machen, da war der erste Bildschirm, den mir Mac OS 15 gezeigt hat, der war an der Seite gefüllt mit Warnhinweisen über meine Hintergrund-Elemente. Diese App hat ein Hintergrund-Element hinzugefügt und dann musste ich einzeln diese Benachrichtigungen wegklicken und das wird nicht nur mir, also ich habe es auch, man hat es auch in sozialen Medien gesehen von anderen, die halt auf Mac OS 15 aktualisiert haben, dass der Startbildschirm einfach ein völlig mit Warnhinweisen überlastetes Ding ist. Das ist der erste Eindruck, den du von Mac OS 15 bekommst, ist, dass du halt einfach nur so Achtung, Achtung, hier passieren schreckliche Sachen in deinem Betriebssystem. Das sind alles natürlich Apps, die du selbst installiert hast und wo du eigentlich auch weißt, dass die halt eben entsprechende Hintergrund-Elemente oder Komponenten halt haben und das ist unerfreulich und da muss Apple zurückrudern. Die andere Geschichte, die ja schon in der Beta natürlich die Runde gemacht hatte, ist diese Warnmeldung bei Screensharing-Geschichten, also Teams zum Beispiel oder Zoom oder irgendwelche Screensharing-Apps spucken halt im Moment die Warnung aus, die sagen, Achtung, diese App kann dein Bildschirm aufzeichnen und willst du das wirklich und dann kannst du das für einen Monat zustimmen und dann musst du dem wieder zustimmen und wieder zustimmen und natürlich, da gibt es irgendwie neue APIs, die Apple noch nicht richtig dokumentiert hat und Entwickler sind sehr verwirrt, was sie jetzt eigentlich machen sollen und das ist sehr schlecht gelaufen insgesamt und ich hoffe, dass auch bei Apple angekommen ist, dass gerade Nutzer von Desktop-Betriebssystemen, die müssen auch geschützt werden, die wollen auch Sicherheitsfunktionen, die wollen auch Datenschutzfunktionen, aber die wollen auch unter Umständen ihrem Computer und ihrem Desktop-Betriebssystem sagen, hey, ist völlig okay, ich weiß, was ich hier mache, ungefähr zumindest und ich möchte das einfach machen und jetzt lass mich in Ruhe mit denen nachfragen, das ist, wenn ich eine Software installiere, dann installiere ich die, weil ich die installieren will und weil ich weiß, warum ich sie installiere und dass ich dem Entwickler irgendwie vertraue und was da halt drumherum gebaut ist und da sind sie auf einer falschen Fährte und ich hoffe, dass die nicht weiterverfolgt wird in dieser extremen Form. Ja, es hat ein wenig den Anschein und ich meine, das ist ja auch ein Thema, was uns über Jahre schon begleitet, mit Apples Ambitionen ja am liebsten die App-Distribution komplett in den Mac App Store zu verschieben, nicht nur, um jetzt die Prozente zu kassieren, sondern glaube ich auch, weil sie zunehmend ihr Urbetriebssystem als Fremdkörper in ihrem Software-Lineup ansehen, weil es einfach eine ungewohnte Offenheit hat, das gesamte restliche Ecosystem ist ja völlig verschlossen und gesichert an allen Ecken und Kanten. Einige Betriebssysteme sind ja sogar so gut wie gar nicht zugänglich, andere sind eben sehr kontrolliert geöffnet und wir haben ja auch jetzt, und da sind wir wieder bei der DMA-Debatte, aber wir haben ja eben auch gesehen, wie heilig Apple das ist an dem Beispiel. Also wie sie ja mit Zähnen und Klauen das als elementaren Bestandteil ihrer Philosophie dann verteidigen, was ja auch den Rückschluss zulässt, warum sie in macOS dann solche Paranoia entwickeln, jetzt mit irgendwelchen Einflüssen. Und das ist ja schon seit Jahren immer, ich meine, sie haben diese Notarisierung ja dann eingeführt, dass dann zumindest ein rudimentärer Schutz gewährleistet ist, wenn Apps nicht über den App Store laufen. Das hat ja auch schon dieses Freiheitskonzept der macOS-Plattformen ein wenig beschnitten. Jetzt gehen sie so weit, dass sie eben sagen, okay, auch die, sag ich mal, die Input-Outputs der jeweiligen Apps werden halt dann genauer transparent gemacht. Und der Gedanke ist ehrenwert, ja. Aber auf der anderen Seite, du hast es dann eben dargestellt, die Realität der Nutzer und auch ein Stück weit die Gewohnheiten der Nutzer werden damit halt nicht wirklich aufgenommen. Also ich sage mal, vielleicht wäre es auch gut, dass man als Nutzer vielleicht auch einfach einen Freibrief erteilen kann. Dass man sagt, ja, ich bin mir der Tatsache gewusst, das Leben ist gefährlich und ich gehe dieses Risiko jetzt ein. Deshalb nutze ich macOS und vielleicht nicht iPadOS. Ich meine, da sind wir wieder bei dem Punkt Unterscheidbarkeit, iPadOS, macOS. Ich glaube, viele macOS-Nutzer mögen nicht nur Multitasking, sondern sie finden es auch gut, dass sie ein offenes Softwarekonzept haben. Und ja, und da, wenn Apple diesen Weg weiter geht, sie gehen ihn mit aller Vorsichtigkeit, muss man ja sagen. Sie gehen ihn nicht radikal, aber wenn sie doch da jetzt einen Gefallen dran finden, könnte das perspektivisch für die Mac-Plattform glaube ich schon auch wieder Konflikte heraufbeschwören mit Nutzer. Ja, das wäre sehr unerfreulich, weil ich glaube, sie hatten bislang einen ziemlich okayen Kompromiss gefunden zwischen ihren Sicherheitsvorstellungen und Vorgaben. Und du hast ja auch die Möglichkeit, einen Großteil von den Sicherheitselementen und Schutzvorkehrungen des Betriebssystems auch wirklich bewusst abzuschalten. Also ja, solange dich auf die Kommandozeile begibst, kannst du ja echt anfangen, da auch grundlegende Sicherheitsmaßnahmen des Betriebssystems einfach einfach wieder auch penibel einzeln einfach auszuschalten. Das ist alles möglich und das ist auch weiterhin möglich. Aber sie, jetzt ist es, es ist so ein bisschen auf der Kippe, dass sie es einfach zu, so viele, so Nervnachfragen und unbequeme Sachen einbauen, die, wie du eben sagtest, zwar vielleicht das richtige Ziel gedanklich verfolgen, warum sie das machen, aber die Umsetzung ist einfach mehr als suboptimal, wenn am Schluss einfach genervte Nutzer rauskommen. Und ich meine, dann, es gibt halt die Nutzer, die wissen, warum das passiert und die verstehen, was in diesen Warnmeldungen steht und die wissen, warum diese Warnmeldung erscheint. Aber die Nutzer, die gerade eben vielleicht frischer mit dem Betriebssystem erst irgendwie umgehen und die halt nicht verstehen, warum diese Warnmeldungen kommen und was das bedeutet, die werden auch nicht schlauer aus diesen Warnmeldungen, sondern die sehen nur irgendeine komische Warnung und verstehen nicht wahrscheinlich, was das heißt. Und dann im Zweifelsfall wird halt bestätigt, damit halt das Zeug mal verschwindet, weil du willst ja irgendwas machen an dem Computer, meistens irgendwie arbeiten oder vielleicht irgendeinen Quatsch machen, aber du willst halt auf jeden Fall weiterkommen und nicht mit irgendwelchen Dialogen des Betriebssystems sich auseinandersetzen. Na, Apple sieht sich da dem gleichen Dilemma ausgesetzt, wie viele Sicherheitsbeauftragte in Unternehmen, dass eine ideale Welt dann eben auch immer dann schwere Zugeständnisse erfordert und, sag ich mal, wenn du in allen Lebensbereichen das Sicherheitskonzept durchsetzt, dass es dann eben doch reichlich beschwerlich werden kann für die Nutzer. Ja, und sie sichern sich da, glaube ich, nach meinem Gefühl einfach auch bestmöglich ab, weil sie halt, sie vertreten diese Philosophie des Datenschutzes, Privacy und so weiter. Sie wollen in allen Ecken und Kanten das sichtbar machen, was da passiert und wollen nicht dann, dass mit dem Finger auf sie gezeigt wird nach dem Motto, ihr macht das nicht konsequent. Also ich kann auch ihre Position da ein Stück weit verstehen, aber sie kommen jetzt nun in ein Dilemma, wie man halt vermitteln soll zwischen eben den Nutzerinteressen auf der einen Seite, die vielleicht diese starke Protektion gar nicht wünschen und auf der anderen Seite sie, die jetzt sagen, das ist unser Unique Selling Point auch gegenüber Mitbewerbern als Plattformen, dass sie eben dann dokumentieren wollen, aber wir decken doch alles auf, wir zeigen doch jeden Datentransfer, wir sagen doch, wir erzählen dir doch über jeden Server, der angerufen wird und wie oft dein Standort getrackt wird und, und, und. Ich meine, das begleitet uns auf den anderen Plattformen ja auch, dass wenn mir die Warnwetter-App immer wieder periodisch mitteilt, ob ich dann zustimme, dass sie weiterhin gucken kann, wo ich bin, dann, dann ist für mich als Nutzer ja auch die Frage, welche Alternative habe ich an der Stelle? Also ich würde sie ja deinstallieren, wenn ich ein elementares Problem damit hätte. Ganz am Anfang habe ich mal zugestimmt, da finde ich es okay, dass ich gefragt wurde, oder dass ich, dass ich gewahr bin, dass, dass eine, ein Location-Tracking stattfindet, aber was verändert sich in einem Jahr? Welchen, welche, warum sollte ich dieser App diese Genehmigung entziehen und mich nervt es halt dann nur da, dass ich dann ständig immer wieder irgendwelche Dialoge zu beantworten habe? Ja, einmal nachfragen, okay, zweimal nachfragen vielleicht auch noch, aber wenn das einfach konstant ist und sei es nur jeden Monat einmal oder in welchen sporadischen Intervallen auch immer, ist zu viel. Ja, aber apropos nerven, wir wollen ja nicht unsere Hörerinnen und Hörer nerven, indem wir zu lange reden und sie uns gar noch wegklicken müssen, das wollen wir natürlich gar nicht, die Podcast-Folge soll ja von selber enden. Haben wir noch etwas, worüber wir sprechen können und wollen? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube, dass es ein solides Jahr war für die Betriebssysteme insgesamt, ich hoffe, dass Leute jetzt nicht noch über, es ist ja immer faszinierend, wenn du siehst, wie halt dann diese Betriebssysteme, die im Laufe der Beta-Phase ja doch einen sehr kleinen Teil an Nutzern erwischen, wenn man so will, wenn du plötzlich das auf hunderte Millionen Geräte wirfst, dieses Betriebssystem, dann kommen natürlich plötzlich irgendwie vielleicht Fehler und Sachen ans Tageslicht, die man vorher halt nicht gesehen hat, die auch die Beta-Tester nicht gesehen haben, die bei Apple niemand gesehen hat oder die irgendwie nicht als Problem wahrgenommen wurden. Und das heißt, die Diskussion und auch die Erfahrungen, die verändern sich immer radikal, nachdem dann diese Betriebssysteme für die Allgemeinheit verfügbar sind und da bin ich immer sehr neugierig drauf, was dann halt an Feedback und Rückmeldungen kommt und das sehen wir jetzt einfach. Also jetzt kommt ja erst die spannende Phase, wo halt wirklich ein großer Teil der Nutzerschaft anfängt, diese Updates halt einzuspielen. Ja und ich würde das noch erweitern um die Dritt-Apps. Wir haben jetzt den Zeitpunkt, wo die Entwickler halt die neuen APIs auch wirklich dann nutzen können, Apps rausbringen können, die darauf basieren und das ist ja auch mal noch so eine Phase, klar, es gibt da Jahre, das ist mehr und mal weniger, das hängt immer von der Güte der APIs ab, aber wir sehen dann eben auch noch mal so ein Reigen an neuen Ideen und Möglichkeiten in Apps und das finde ich halt auch mal ganz spannend, weil das ist so etwas, was wir in der Beta-Phase noch nicht so ermessen können. Wir sehen ja nicht, woran die Entwickler arbeiten oder selbst wenn man in so einer Test-Flight-Geschichte mit dabei ist, in der Beta lässt sich manchmal noch nicht erahnen, welche Dynamik so eine Funktion annimmt, wenn sie dann eben in die Öffentlichkeit entlassen wird. Also da bin ich auch jetzt sehr gespannt drauf und ja, es ist immer schön neue Software zu haben und was ich schon am Anfang sagte, alle, also fast alle, nicht alle, aber doch sehr viele, die ja auch ältere Geräte haben, haben ja auch etwas davon und man muss sich jetzt nicht zwangsweise ein neues Gerät kaufen, man kriegt manchmal auch noch so etwas dazu, wenn man schon ein, zwei, drei Jahre altes iPhone oder iPad da zu Hause liegen hat. Oder auch noch älter, weil iOS 18 ist ja sehr zahm diesmal und nimmt alle mit, die halt auch iOS 17 schon installiert, installieren konnten. Ich wollte jetzt nicht das unsichere Eis der Kompatibilität betreten. Ja, natürlich im Kleingedruckten wird es dann ein bisschen hakeliger, aber so auch im Groben und Ganzen, wenn man iOS 17 auf dem iPhone läuft, kann man zumindest, hat man die Option auch Richtung iOS 18 zu gehen. Ich habe es jetzt auch noch nicht, ich habe auch noch ältere Geräte hier rumfliegen, aber ich habe es auch noch nicht im Detail ausprobiert, das ist ja auch immer eine Diskussion, die in der Vergangenheit immer mal wieder aufkam, wie läuft halt das Betriebssystem auf alten, auf wirklich den ältestmöglichen Geräten, wenn man so will und dafür kann ich jetzt auch noch keine verbindlichen Aussagen zu treffen und da werden wir auch sehen, was dann noch auch die Rückmeldungen der Nutzer am Schluss sind, die halt die Hardware einsetzen und wie gut das dann sich darauf erweist. Hoffentlich, also da hat Apple, glaube ich, schon viel auch aus Fehlern in der Vergangenheit gelernt, wo sie gemerkt haben, okay, wir müssen schon auch schauen, dass das auf der ältesten Hardware, die wir unterstützen, auch solide genug läuft, dass da niemand völlig frustriert ist am Schluss. Wer uns unterstützen möchte, darf gerne ein Like geben oder den Podcast abonnieren bei YouTube, also den YouTube-Kanal von Mac and I oder den Podcast bei Apple Podcast. Darf natürlich auch gerne, ganz gerne Mac and I abonnieren oder ein Heft kaufen, denn das unterstützt ja letzten Endes dieses ganze Projekt ja auch massiv, also glasklare Empfehlung und da gibt es noch viel mehr von Leo zu lesen und seinen Kolleginnen und Kollegen. Also so gesehen da einfach mal vielleicht den nächsten Kiosk ansteuern und ansonsten gerne auch wieder die nächste Folge vom Mac and I Podcast, die dann regulär in zwei Wochen wahrscheinlich wieder stattfindet und mal gucken, was sich bis dahin wieder so ereignet hat oder worüber wir sprechen können. Bis dahin, tschüss. Ciao, bis in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal.